Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wer schon erkannt hat, diesmal hat Tobi Entertainment das Intro gemacht. Denn er sitzt auch neben mir. Neben mir sitzt Tobi Entertainment. Ja, und neben mir sitzt Flitsch. Wir spielen jetzt immer so kleine kurze .io-Spiele. Das nächste heißt Tobi Entertainment. Das nächste ID ist das nächste. Ja, weiter geht es nicht mehr. Ja, passt schon. Und wir wollen jetzt mal gucken. Dann geht es los, er spielt die erste Runde. Gucken wir mal. Wie muss ich das denn hier machen mit den Pfeiltasten? Ja, anscheinend schon. Da wäre ich fast gegen die Wand gefahren. Du musst, glaube ich, diese Steinchen einsammeln. Oh, du hast einen großen. Kann die hier auch einsammeln? Ja. Tatsache. Oldest, heaviest. Oldest. Ich habe bis jetzt, glaube ich, nur zwei weitere Schlangen gesehen. Ja, also das heißt schon, dass das Spiel sehr, sehr beliebt ist, glaube ich. Age, 30. Ja, mein Alter sehr schnell als Schlange. 34 bin ich jetzt sogar schon. Guck mal, der Älteste ist. 2.831 Jahre alt. Oh, da ist einer. Kannst du irgendwie schneller? Kann ich andere auffressen, oder? Ich glaube, wenn du die um sie rumfüllen. Was passiert denn, wenn du da oben voll bist? Sammel mal, wir fangen ja von denen ein. Vielleicht kann ich auf der Leertaste schneller. Ich glaube, ja. Ich glaube, da bist du schneller. Oh, ja. Aber natürlich wirst du auch kleiner, wenn du das oben siehst. Oh, das ist ja nicht schön. Das ist wie, das ist wie Scythe.io. Hast du das schon mal gespielt? Ja. Guck mal, das sind ganz viele. Also es waren ganz viele. Ich habe das gesehen. Richtig spannendes Spiel bis jetzt. Ja, also das müsst ihr auf jeden Fall spielen. Warte, ich drücke mal die Taste. Komm. Du musst auch abbiegen. Jetzt habe ich keinen eingesammelt hier. Jetzt schnell, zur Seite, zur Seite. Ah, jetzt zur anderen Seite. Wir versuchen jetzt mal jemanden zu töten. Ob das überhaupt geht. Das ist jetzt unser Ziel. Gucken, wo ist denn einer? Ja, da hinten. Okay. Schneid den Weg ab. Nein! Er hat uns getötet. Oder dich. Besser gesagt, jetzt bin ich dran. Ja. So. Flitsch. Play. Achso, ich muss jetzt hier an den Pfeiltasten. So ein bisschen näher ran ans Mikrofon, weil ich jetzt auch so an der Vor bin. Oh, das war wirklich. Die Steuerung ist auch nicht schön. Nicht schön. So. Ist nicht ganz angenehm. Oh, ich weiß gar nicht. Wie alt bist du gekommen? Oh, weiß ich gar nicht mehr. Hm. Hm. Ja, also wenn wir uns das Video angucken, dann sehen wir es ja. Und dann können wir auch drum, dann schreiben wir mal in die Kommentare. Also nicht in die Kommentare, wir schreiben ja nicht in die Kommentare. Sondern wir schreiben dann in die Beschreibung, wer gewonnen hat. Dann müsst ihr euch das Video nicht mal angucken. So. Warte, okay. Nein. Nein. Wie hieß der denn? Wieso? Was standen wir denn bei dem? Ja. Hä? Ich habe es gar nicht gelesen. Nein. War ein Video. Baum, ja. Also, wir spielen wahrscheinlich immer jeder eine Runde. Und die sind nur kleine Kurzspiele. Ja. Ähm, ja. Und du sagst jetzt... Dann würde ich auch schon Tschüss bis zum nächsten Mal sagen. Ich wollte gerade sagen, die Abmoderation. Ja, alle richtig. Und es wird mehr von diesen Spielen geben. Deswegen hoffe ich, hat es euch gefallen. Wir bewerten die auch immer am Ende. Wie viele von 10 Punkten gibst du diesem Spiel? Ah. Ich würde im Spiel aufgrund der schlechten Grafik und der schlechten Steuerung auch nur 3 Punkte geben. Ja. Da schließe ich mich wieder an. Bei 2x3 Punkte merkt es euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.